Willkommen in Erli Beach. Willkommen bei Fernweg. Wir sind gerade in Erli angekommen und haben uns gleich mal eine Tour gebucht. Wir sind am Great Barrier Reef angekommen und haben jetzt eine kleine Tour gebucht. Und zwar gehen wir morgen gleich los, werden wir gleich mal abgeholt. Dann geht es auf einen großen Katamaran und dann segeln wir rum. Es gibt morgensessen, mittagsessen, nachmittagsessen, trinken, alles dabei. Sogar Alkohol. Und dann gehen wir schnorcheln. Da freuen wir uns schon sehr. Und am nächsten Tag gehen wir nach Hamilton Island. Und dann gehen wir mal abgeholt. Sogar Alkohol. Sogar Alkohol. Sogar Alkohol. Sogar Alkohol. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018